Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AndiTV. Ich hatte euch in der letzten Folge versprochen, dass ich euch mal ein Lost Places zeigen möchte. Und zwar gibt es hier in Niedersachsen eine vergessene Autobahn, direkt bei Hannover hier. Da stehen wir auch gerade, was es wie dieser Stelle hier, dieser K-105 zwischen Uden Borstl und Degensen auf sich hat. Da kommen wir gleich darauf zurück. Schon mal das Bild, so hat es hier Ende der 40er, Anfang der 50er ausgesehen. Hier war eine Brücke, halbfertig, ist heute nicht mehr. Das ist genau diese Stelle hier. Ich komme mal später darauf zurück. Wo ich hier stehe, das ist mir eine Trasse einer vergessenen Autobahn. Die A7, wie sie heute ist, war nicht immer so geplant und die sollte mal hier verlaufen, westlich an Hannover vorbei. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal nach Schwarmstedt, denn da ist der Rasthof Allertal und da sollte sich die Autobahn teilen. Da fahren wir jetzt erstmal hin und auf dem Weg dahin erzähle ich euch mal ein bisschen was. Dann kommen wir später wieder auf diese Stelle zurück. So, nun fahren wir also auf der heutigen A7 Richtung Norden. Die A7 wurde bereits als Projekt Haffrabah, das heißt Hamburg, Frankfurt, Basel, 1927 geplant und 1938 wurde mit deren Bau begonnen. Sie sollte sich auf der Höhe Rastanlage Allertal teilen, weil man die Städte Braunschweig und Wolfsburg und Salzgitter besser anbinden wollte an Bremen und Hamburg. Und der einen Streckenast sollte westlich an Hannover vorbeilaufen über Garbsen, Presse und der andere sollte nebenbei Braunschweig und Salzgitter verlaufen. Bei Nordheim sollten sich beide Strecken erst wieder vereinigen. Nun haben wir die Autobahn verlassen. Wir haben auch bereits das Städtchen Schwarmstedt hinter uns gelassen. Wir sind jetzt auf dem Weg zwischen Schwarmstedt und Hope. Quasi auf dem Rückweg nach Hannover, aber jetzt über Landstraßen. Und da hinten kündigt sich schon was an. So eine scheinbar nutzlose Ausbruchung der Straße weg von den Gleisen und gleich hinterher wieder ran an die Gleise. Das gucken wir uns mal genau an. Hier halten wir mal an. So, aus der Richtung sind wir gekommen. Da hinten ist Schwarmstedt. Im Rücken von uns ist ja jetzt Hannover. Wenn wir uns mal umdrehen, sieht man die Ausbruchung dieser Straße so völlig grundlos. Wenn man näher drauf zugeht, sieht man auch, wie sich die Straße vom Bahnkörper weg bewegt und gleich ein paar Meter weiter wieder zum Bahnkörper hin bewegt. Auch der Feldweg gegenüber hat diese Ausbruchung. Hier sollte die Strecke 24, also die geplante Strecke 24, im Spitzenwinkel die Gleise überqueren und dann da hinten neben dem Wäldchen, links neben dem Wäldchen weiterführen. Und hier wurden dann auch schon zur Erquerung der Gleise die Brückenpfeile, bzw. die Brückenwiderlager errichtet. Die Brücke wurde selber nie fertig, aber die Brückenlager, wie man hier auf den Bildern sieht, wurden errichtet. Die Brückenlager wurden aber 1995 ersatzlos abgebrochen, so dass heute hier nur noch diese grundlosen Ausbuchtungen der Straße und des Feldwegens zu sehen sind. Hier seht ihr noch, dass die Gleise auch noch in Betrieb sind. Er wird einmal pro Stunde in jede Richtung vom Elix befahren. Das ist der Heidexpress, der Hannover mit Soltor verbindet. Die Autobahn sollte dann in südwestlicher Richtung hier links an diesem Wäldchen vorbeiführen, in Richtung Garbsen, wo dann auch die B6 gekreuzt werden sollte und später noch die A2. In diesem Wäldchen befindet sich jetzt die erste noch vorhandene Bauvorleistung. Das ist hier so eine kleine Brücke zur Querung des Flüstchens Grindau. Die hat also eine Breite, also eine Lichtebreite von vier Metern, eine Lichtehöhe von zwei Metern und ist insgesamt 27,5 Meter breit. Ja, ich kann jetzt hier mal so durchgehen. Es ist also trocken hier noch. Ja, das ist eigentlich alles recht ordentlich hier und noch sehr gut erhalten, finde ich. Von den Ausbügungen hier haben wir mal am Rande so ein bisschen abgesehen. Jetzt gucken wir mal in Fahrt Richtung Norden über das Projekt und hier sieht man gut, wo dann der Mittelstreifen angelegt worden wäre. Ja, von der Dampfschüttung ist hier nicht mehr viel zu erkennen. Eigentlich fast gar nichts. Es ist auch alles zugewuchert hier. Ja, hier hat man halt nichts mehr gemacht. Hier kann man gut erkennen, wie der Bach-Grindau von seiner eigentlichen Linie abweicht und dann rechtwinklig dieses Bauwerk kreuzt. Ja gut, er ist halt zurzeit trocken, deshalb konnte ich da auch eben durchlaufen, sonst wäre das nicht gegangen. Von diesem Bauwerk über den Flüsschen Grindau verabschieden wir uns jetzt erstmal. Jetzt drehen wir uns um. In diese Richtung geht die Autobahn weiter Richtung Hannover und hinter dem Wäldchen da, was da jetzt ins Bild kommt, ist noch ein Stück der alten Trasse vorhanden und da fahren wir jetzt erstmal hin. So, dieses kleine Wäldchen haben wir eben von der anderen Seite gesehen. Wir sind jetzt wieder am Ziel, am nächsten Ziel, am nächsten Etappenziel, welches ich sozusagen glaube. Wenn wir uns jetzt hier umdrehen, kommt jetzt hier so ein Feldweg ins Bild und das ist ein Teil der alten Trasse. Die ist jetzt hier zugewachsen und teilweise auch noch in der vollen Breite erhalten. Hier kann man also ungefähr 500 Meter jetzt auf der Trasse entlang gehen. Man sieht, dass sie teilweise noch sehr breit ist, aber auch teilweise haben die Bauern bis an den Weg herangefliegt. Da sind wir eben hergekommen, von der alten Trasse runter, wo wir eben drauf gegangen sind. Jetzt drehen wir uns mal. Jetzt hätte die Autobahn hier diese Straße überquert und wäre dann dort drüben im Wald verschwunden Richtung Hannover wieder. Wir fahren jetzt mal weiter zu den nächsten Bauvorleistungen in Fahrt Richtung Hannover. Das heißt, wir können jetzt nicht direkt die direkte Linie fahren, sondern müssen immer so über die Orte fahren, um die nächsten Sachen zu erreichen. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier finden. Ich benutze zur Orientierung Google Satellitenbilder, die ich mir ausgedruckt habe und nach dem mir vorliegenden Bild jetzt müsste genau da hinten im Wald die nächste Bauvorleistung sein. Das müsste so eine kleine Grabenbrücke sein. Ich muss jetzt also hier über den Acker laufen und gucken, ob ich da was finde. Schauen wir mal. Ja, ich habe es gefunden. Ich stehe direkt davor, wie man an meinem Schatten erkennen kann. Das ist hier so eine kleine Grabenbrücke, ausgeführt als Betonröhre und die hat einen lichten Durchlass, also eine lichte Weite von einem Meter zwanzig und eine lichte Höhe von einem Meter. Das ist also zum Durchkrabbeln ein bisschen zu eng. Hier kann man jetzt die Betonröhre gut erkennen. Ich stehe direkt drauf. Die ist hier sehr stark vermoost. Ich stehe also jetzt quasi hier, wo jetzt später hätte die Fahrbahn hinkommen sollen. Jetzt gucken wir mal von vorne rein. Wie man hier an den Treppen an den Seiten sieht, das hätte mal mit Naturstein verkleidet werden sollen. Das ist wohl nicht zur Ausführung gekommen. Weil, wie gesagt, man hat die Arbeit im Kriegsbedingten irgendwann eingestellt. Und so ist das dann halt verblieben, ohne Natursteinverkleidung. Auch hier ist wieder in unmittelbarer Nähe dieses Bauwerkes keine Bodennutzung vorhanden. Das heißt, hier wachsen nur Bäume und es ist sehr stark zugewuchert hier alles. So, in diesem kleinen Wäldchen da eben war diese kleine Grabenquerung, die ich euch eben gezeigt habe. Und nur 250 Meter davon weg ist schon die nächste Bauvorleistung, nämlich die Querung der großen Bege. Da stehen wir jetzt direkt davor. Dieses Bauwerk hat nun eine lichte Weite von 4 Metern und eine lichte Höhe von 2,20 Meter und ist wie die anderen beiden Bauwerke 27,50 Meter breit. Allerdings ist jetzt hier unten sehr viel Wasser drin, also durchkriechen können wir da nicht. Da würden wir dann bloß absaufen. Die große Bege wurde im Gegensatz zur Grindau noch nicht durch dieses Bauwerk verlegt, sondern fließt noch im ursprünglichen Zustand in die Stadt. Südlich am Bauwerk vorbei. Sie hätte also ungefähr da, wo der Begrenzungsfall am Acker steht, abzweigen oder abknicken sollen, dann direkt hier auf dieses Bauwerk zu und dann hinterher wieder auf die alte Linie einschwenken sollen. Das wurde also noch nicht gemacht. So, nun verlassen wir diese Bauvorleistung und setzen unsere Exkursion da weiter Richtung Hannover vor. So, nun sind wir wieder an der Stelle, wo ich meine Eingangsmoderation gemacht habe. Und zwar genau hier, was ich vorhin schon sagte, sollte die Autobahn kreuzen. Hier ist der Brehlinger Berg, da geht es nach Norden und da wäre so eine Fahrt Richtung Hamburg gewesen. Ich kann jetzt hier auf dieser Trasse noch ein Stück reingehen. Das ist hier noch so eine Brache, da kann man auch noch gut erkennen. Da gehen wir auch gleich mal ein Stück rein, da sind noch Reste des alten Dams vorhanden. Und dann danach gehen wir hier weiter in den Wald rein, da sollen tatsächlich noch Betonteile liegen. Schauen wir mal, ich habe es auch noch nicht gesehen. Jetzt bin ich hier nach Norden so ein bisschen in diese Brache reingelaufen, die auf dieser alten Trasse lang. Man kann hier tatsächlich 500 Meter weit reinlaufen. Man sieht hier überall noch so Aufschüttungen, so Dammreste, wo dann hätte später das Straßenplanung aufgespült werden sollen. Und jetzt können wir noch mal ein Stück zurückgehen, da sieht man auch hier die Breite der Trasse nochmal. Und dann kommt da hinten die Straße auch schon, wo ich dann eben eine andere Umsetzung gemacht habe. Und genau hier sollte das queren, da habe ich euch auch eben das Bild gezeigt. Und dann sollte die Bahn auf den Brehlinger Berg führen. Hier hätte also die steilste Steigung gewesen sein sollen, mit drei Prozent. Und über den Brehlinger Berg dann Richtung Hannover führen sollen. Jetzt überqueren wir diese Straße einfach mal, wo ich hier eben gestanden habe. Hier hätte die Autobahn auch überqueren sollen. Und hier sieht man tatsächlich noch alte Betonreste, die für eine Wassergrabenquerung gedacht waren. So, hier gucken wir auf die Trasse, wie sie weiterführen würde Richtung Hannover, hier in das Wäldchen rein, auf den Brehlinger Berg rauf. Dass hier kein Damm mehr vorhanden ist, liegt daran, dass das hier nach dem Krieg als Sandentnahmestelle genutzt wird. Das heißt, man hat den aufgestütten Sand hier einfach wieder weggeholt und für andere Dinge dann verwendet. Allerdings glaube ich, dass das auch heute noch gemacht wird hier. Ich habe so auch manche Spuren gesehen hier. Aus diesem heute noch in Betrieb befindlichen Kiesberg wurde damals der Sand genommen, um die Trasse auf dem Brehlinger Berg aufzuspülen. Es befindet sich in direkter Seitenlage zur Trasse, also man hatte keine weiten Wege und wie gesagt ist es heute noch in Betrieb. So, wenn wir hier mal genau gucken, ich befinde mich hier auf so einer Art kleinen Damm, der so den Querschnitt hat, als wenn hier mal so eine kleine Lohrenbahn gefahren ist. Wahrscheinlich gut vorstellbar, dass man mit so einer Lohrenbahn das Material aus dem Kiesberg eben direkt auf die Trasse gebracht hat. Ich gehe jetzt hier nochmal so ein Stück auf der Trasse, richt auf den Brehlinger Berg rauf. So weiter Bauvorleistung finde ich hier nicht. Hier soll auch keine mehr sein. Also auch Betonbrocken oder sowas finde ich hier auch nirgends mehr. Deshalb, ich glaube, wir können jetzt umkehren und fahren jetzt mal zur nächsten Sache, wo ich was vermute. Jetzt fahre ich hier gerade durch das Dörf hier in Rodenbostel in Richtung Negenborn auf die andere Seite des Brehlinger Berg. Da soll man auch was erkennen können. Schauen wir mal. Jetzt stehe ich hier an der L383 zwischen Negenborn und Brehling. Und genau hier hätte laut Google Satellitenbilder die Bahn kreuzen sollen. Auf den Google Bildern ist das auch gut zu sehen. Das ist so eine Schneise im Wald. Aber ich selber erkenne hier nichts, außer dass die Vegetation hier etwas lichter ist als beispielsweise da drüben. Und mehr sehe ich hier nicht. Aber ein Highlight auf dieser Strecke gibt es noch. Das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Das ist Baresse. Da fahren wir jetzt mal hin. Das ist ein Feldweg, der ist so unglaublich gerade trassiert. Das könnt ihr jetzt hier auf den Google Bildern auch mal sehen. Da kann man locker mit 200 langbrezeln. Ja, das ist also tatsächlich der ist asphaltierte Feldweg. Das ist also tatsächlich ein Stück, auf dem man heute auf dieser ehemaligen Autobahn fahren kann. Also ehemalig ist ja halt nie fertig geworden, aber man kann halt ein Stück drauf fahren jetzt. Da fahren wir mal hin. So, schauen wir mal. Das müsste jetzt gleich hier nach rechts weg gehen. Ja, da ist das schon. Hier fängt jetzt tatsächlich ein Stück an, auf dem man hier fahren kann. Das ist so unglaublich gerade. Wie gesagt, so wird kein Feldweg trassiert oder kein Wirtschaftsweg. Das ist also tatsächlich ein Teil der Strecke 24, auf dem man hier fahren kann. Und allerdings würde ich jetzt hier nicht mit 200 langbrezeln wollen, obwohl es möglich wäre. Denn irgendwann wird hier ein Privatkonstieg und man steht und forft vor einem Tor und da sollte man rechtzeitig zum Stehen kommen, sonst gibt es das Schaden. Dieser Wirtschaftsweg ist jetzt auch wirklich das letzte Fragment der ehemaligen Strecke 24. Weitere Bauvorleistungen und weitere Trassierungsarbeiten gibt es nicht. Auch bei Gabsen nicht und auch südlich davon nicht. Die A7 wurde ja in der heutigen Form verwirklicht, über Göttingen, Sesen und über Hannover Ost, wollte ich sagen. Ja, und das war es dann auch. Hier endet unsere Reise jetzt. Das Ganze hat hier so ein bisschen was von Geocaching, wie ich finde. Das so zu suchen hier im Gelände ist, macht richtig Spaß. So, hier bei Reise endet jetzt unser kleines Video. Wenn ihr euch fragt, wie ich darauf gekommen bin, wie ich auf dieses Thema gestoßen bin. Ich bin ein großer Lost Places Fan und da gibt im Netz eine Seite, die heißt lostplaces.de. Die heißen jetzt anders, also die hießen mal lostplaces.de und die heißen jetzt anders, geschichtsspuren.de. Da findet ihr noch mehr Informationen, müsst ihr einfach mal eingeben, Strecke 24, dann findet ihr das schon. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich möchte mich verabschieden für euch. Bis zum nächsten Mal. Macht eine gute Zeit, macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020